Star Wars The Old Republic Legenden eines Inquisitors Der Wert des Einzelnen wird auf seinen Taten zurückgeführt. Wertebeweis und Klingentest Im Grab von Arjunta Paul haben die beiden Akolyten ihre Prüfungen überlebt. Durch den imperialen Erlass 936 haben sie nach langer Suche und vielen Kämpfen die gestohlenen Artefakte der Grabräuber sichergestellt. Durch die Chlorschneckenplage blockieren Chlorschnecken aber den Weg aus dem Grab. Dies ist eine passende Gelegenheit, die neue Klinge des Sif-Krieger-Akolyten im Blut zu trinken und für den Sklaven-Akolyt seinen Wert zu beweisen, wenn die Chlorschnecken durch dessen Hand vernichtet werden. Hoffentlich ist sie durstig. Ich werde sie trinken. Das klingt gut. Oh! 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 Das sollte ausreichen. Es scheint so. Oh! 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 Untertitelung. BR 2018 Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Ich bin voll des Dankes. Ich bin äußerst dankbar. Jawohl. Es ist wohl Zeit zu geben. Wir sehen uns. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich bin höchst beeindruckt. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich bin beeindruckt. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich werde es in Betracht ziehen. Ich werde es in Betracht ziehen.